Kürzlich sah auf Twitter eine Markenanmeldung mit der Marke Sussex Royal durchgesickert, heißt es in der Quelle. Dies ist die Anwendung, die Meghan und Harry heimlich nutzten, um den königlichen Titel auszunutzen, die jedoch von der Königin entdeckt wurde. Sie wurden bald darauf verboten. Zurück ins Jahr 2020 zeigen offizielle Aufzeichnungen, dass Prinz Harry und Meghan Markle möglicherweise einen Weg gefunden haben, den Mixit bezahlt zu machen, indem sie ihre Marke Sussex Royal für mehr als 100 Artikel markenrechtlich schützen ließen. Aufzeichnungen über die Angebote des Vereinigten Königreichs für geistiges Eigentum zeigen, dass das Paar im Juni 2019 Schritte unternahm, um ein mögliches Finanzimperium vorzubereiten, bevor es darauf bestand, dass es finanziell unabhängig werden würde. Nachdem das Paar sich im Jahr 2020 von seinen königlichen Verpflichtungen befreit hatte, sicherte es sich sowohl im Rahmen von Sussex Royal als auch der Wohltätigkeitsorganisation der Foundation of the Duke and Duchess of Sussex Markenzeichen mit einem breiten Spektrum möglicher Produkte. Gehörten Kleidung, Schreibwaren, Fotografien, Bildungs- und Wohltätigkeitsbemühungen und möglicherweise sogar eine eigene Zeitung oder Zeitschrift. Es brachte die Königin in eine unangenehme Lage, da sie seit langem davon überzeugt war, dass sie es berufstätigen Familienmitgliedern verweigerte, von ihren Positionen zu profitieren. Die Quelle sagte, als die Behörden Informationen vom MI5 erhielten, hätten sie die Herzrufe sofort eingestellt. Es war keine Diskussion, ihnen wurde direkt gesagt, nein, das geht nicht. Es muss heftig gewesen sein, denn sie haben sofort angehalten. Sie veröffentlichten einen bissigen Kommentar dazu und betrachteten das kitschige Ding, auf das sie hrh setzen wollten. Aber sie werden den Namen Sussex Royal nicht wie erhofft verwenden können. Sie planten immer einen Ausstieg und gründeten Sussex Royal, damit die Sussexes immer mit dem Königshaus in Verbindung stehen, auch wenn sie im Ausland lebten. Mit der wahren Welt Geld zu verdienen, war nur Plan B. Was mich am meisten schockierte, war, dass Harry und Meghan nie um Erlaubnis gebeten hatten, das Wort königlich zu verwenden. Meghan erklärte bekanntlich, dass die Königin das Wort nicht besitze, aber unter diesen Umständen war sie es definitiv. Bevor das Wort Royal in irgendeiner Form verwendet werden darf, muss die Genehmigung des Kabinettsbüros eingeholt werden. Es sieht so aus, als hätten sie ihre Pläne vorangetrieben, ohne jemanden zu konsultieren. Dies unterstreicht mehr als alles andere, dass die geldgierige Mac überhaupt kein Verständnis dafür hatte, wofür königliche Titel standen, und überhaupt kein Verständnis für die königliche und britische Geschichte hatte. Es war ihr vollkommen egal. Jetzt muss neben der Aufgabe der hrh-Titel für berufliche Zwecke und der Aufgabe offizieller Ernennungen und Schirmherrschaften, einschließlich Harrys militärischer Rollen, auch die Marke Sussex Royal aufgegeben werden. Das jüngste Auftritt symbolisierte, dass sein königlicher Status verloren gegangen ist. Der Herzog von Sussex war zum Honda Polo Cup des Centerbelt ESP in Singapur. Harry schien unsicher zu sein, was er tun sollte, nachdem das Polo-Spiel, an dem er teilnahm, zu Ende war. Als dem Team des Herzogs von Sussex die Trophäe überreicht wurde, hielt Harry sie fest, ohne dass seine Teamkollegen sie halten durften, außer seinem Freund Nacho. Doody James, Expertin für Körpersprache, analysierte das Verhalten von Prinz Harry während der Veranstaltung. James sagte, dass Harry für Momente wie diesen, in denen er allein gelassen wird, unbeaufsichtigt ist und von den anderen Teilnehmern der Veranstaltung praktisch ignoriert wird, wahrscheinlich keine Körpersprache hat. Als Mitglied des Königshauses stand er garantiert im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit einer Gruppe und war es gewohnt, bei Veranstaltungen ein bewunderndes Lächeln oder höfliche Schmeicheleien zu erhalten. Aber das ist jetzt, da sein königlicher Status weg ist, eindeutig keine Selbstverständlichkeit mehr. Er sah verlegen aus und schien zu zögern, sich selbst überlassen, ohne auch nur den anbetenden Blick seiner Frau zu spüren, in den er sich vertiefen konnte.